Hast du schon mal ein Walzer getanzt? Oder kennst du das Lied? Zwischen Berg und tiefem, tiefem Tal saßen ein, zwei Hasen, fraßen ab das grüne, grüne Gras, fraßen ab das grüne, grüne Gras, bis auf den Rasen. Beide Musikstücke werden im Dreivierteltakt dirigiert. Und das funktioniert so. Berühre die Spitzen von Daumen und Zeigefinger so, dass sie ungefähr ein O ergeben. Halte deine Arme leicht gebeugt auf Schulterhöhe vor deinem Körper und bewege sie nun gleichzeitig wie bei einem Jojo-Spiel mit Schwung abwärts, zur Seite und nach oben zurück zum Ausgangspunkt. Schon hast du einen Dreivierteltakt dirigiert. Probiere es ein paar Mal. Runter zur Seite und hoch. Runter zur Seite und hoch. Runter zur Seite und hoch. Du kannst auch versuchen, gleichzeitig zu singen und zu dirigieren. Schaffst du es auch, gleichzeitig zu singen, zu dirigieren und dabei durch das Zimmer zu gehen? Suche dir dafür ein Lied im Dreivierteltakt aus deinem Flötenheft. Viel Spaß beim Singen, Dirigieren und Gehen. Runter zur Seite und hoch. Runter zur Seite und hoch. Runter zur Seite und hoch. Vielen Dank.